Es ist machbar am 1. Januar. Das muss sein, um einfach ein bisschen frisch zu werden und nicht so total auf den Sofa zu gehen. Wenn wir in Berlin sind, machen wir das jedes Jahr. Und es ist einfach wirklich, um die guten Vorsätze gleich am ersten Tag umzusetzen. Und das Butterpopöchen von der Couch runter und gleich rauf auf die Berliner Straßen.